Heute zeige ich euch, wie ihr in wenigen Minuten einen Infinity Scroll in euer Projekt einbaut mit reinem JavaScript, ohne Frameworks oder irgendwelche Tools. Und wir sehen hier eine Liste. Hier vorne seht ihr eine kleine 0. Diese Zahl symbolisiert einfach nur die Seite, die wir gerade nachgeladen haben. In dem Moment, wenn ich jetzt scrolle, seht ihr, dass gleich mein Scrollbalken nach oben springt, kleiner wird und wir vorne immer neue Seiten nachladen. Also wir laden immer mehr Inhalt auf unsere Seite. Und wie das alles funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Also los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute geht es mal wieder ein bisschen was für die Anfänger, beziehungsweise vielleicht eher für die Fortgeschrittenen und euch. Und zwar werden wir uns einen Infinity Loader angucken. Das Ganze ist ziemlich cool, wenn man runterscrollt auf einer Seite, dass unendlich viele Daten nachgeladen werden können. Das ist sehr spannend, kann in eigentlich jedem größeren Projekt Verwendung finden und kann auch sehr einfach adaptiert werden für alle möglichen JavaScript Frameworks wie React, Angular, Svelte und natürlich Vue. Prinzipiell, wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch im Gleichgesinn austauschen. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß. Auf geht's. Bevor wir gleich mit dem eigentlichen Code starten, möchte ich einmal kurz demonstrieren, was wir eigentlich genau vorhaben und einmal das Konzept dahinter erklären. Ihr kennt ja alle, wir haben einen Browser. In diesem Browser haben wir beispielsweise Inhalte, einfach so Kacheln, die ich auch schon im anderen Video mal verwendet habe. Wenn wir jetzt aber beispielsweise davon ausgehen wollen, dass wir scrollen wollen, also in dem Moment, wenn ich jetzt hier in diesem Inhalt einfach beginne zu scrollen, dann können wir endlos weiter scrollen, ohne jemals das Ende zu erreichen. Diese Funktion nennt sich Infinity Scroll und die wollen wir heute nachbauen. Hierzu betrachten wir diesen Bereich, den Viewport des Browsers und nutzen diesen, um ein Event zu triggern, immer wenn wir das Ende einer Liste erreicht haben. Das bedeutet, in dem Moment, wenn ein neues Element in den Screen kommt, was wir uns erzeugen, was gerade außerhalb unseres eigentlichen sichtbaren Bereichs, aber innerhalb unseres Bodies oder innerhalb unserer Liste positioniert wurde, sobald das zu sehen ist, also das sich nach oben verschiebt, in dem Moment wird ein Event getriggert, was uns neue Inhalte nachlädt. Damit ist unser Element wieder außerhalb unseres Viewports und wir müssen wieder hochscrollen, um genau diesen Effekt noch einmal zu erzeugen. Und so erzeugen wir die Simulation eines unendlichen Scrollens, obwohl wir eigentlich immer das Ende erreichen und dann das Ende einfach weiter nach oben schieben. So, und los geht's mit meinem eigentlichen Tutorial. Ihr seht hier an der Seite Visual Studio Code und hier an der Seite Chrome. Das hier ist meine Standardentwicklungsumgebung, die findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr auch ein Video habt, wo ich das alles erkläre, wie das aufgebaut ist. Und da gibt es auch ein Repository, wo ihr euch das angucken könnt. Ansonsten seht ihr, dass ich hier schon einige Dateien modifiziert habe. Und zwar haben wir einmal FakerJS installiert. Das ist einfach ein kleines Tool. Sieht man hier oben, habe ich einmal installiert und auch schon in der Main eingebunden. Hier in Seite 2, Import Faker vom FakerJS. Im Prinzip, das braucht ihr später nicht. Ihr werdet ja vermutlich irgendeine Form von Serverkommunikation nutzen. Sowas wie beispielsweise Axios, um Requests an einen Server zu schicken, um Daten im Frontend zu konsumieren. Wir nutzen Faker, um einfach uns random neue Namen zu generieren, die wir bei jedem Funktionsaufruf quasi nachladen. Im Prinzip, das habe ich vorbereitet. Wir legen jetzt aber direkt los. Also, weiter geht's. Dann legen wir mal los mit dem HTML-Bereich. Das Erste, was wir hier brauchen, ist einmal eine Unordered List mit einer ID, in diesem Fall UserList. Und was wir ebenfalls brauchen, ist eine Diffbox. Die ist hier unten, einmal mit einer ID Load und einer Class Load More. Außerdem würden wir gerne hier noch was reinschreiben. Zum Beispiel so etwas wie, alles wurde geladen. Es speichern wir ab und sehen, in dem Moment hier steht auch schon was. Mehr müssen wir gar nicht machen. Das ist alles, was wir in HTML brauchen. Das kann bei euch natürlich deutlich komplizierter sein und irgendwelche Cards darstellen oder so. Wir stellen, wie gesagt, einfach nur Namen dar. Aber jetzt wollen wir mal dafür sorgen, dass wir auch irgendwas darstellen können. Und dafür gucken wir uns CSS an. So, dann legen wir mal los mit CSS. Das Erste, was wir machen, wir stylen unsere Unordered List und sagen hier einen Innenabstand, den wir per Default ja mitbekommen. Sagen wir, der existiert nicht. Außerdem würden wir gerne einen Außenabstand von 10 Rem nach oben und unten haben. Und unsere einzelnen Listen Elemente sollen natürlich später keine Punkte bekommen. Deswegen entfernen wir die List Style und fügen einen Abstand nach unten unter jedes Listen Element ein. Außerdem würden wir gerne einmal hier die Schriftgröße größer machen, nämlich von Size 2 und jedem Element ein bisschen Padding hinzufügen. In unserem Fall ein Rem. Außerdem mache ich jetzt einen kleinen Pseudo Selector und sage NTH Child Even. Also jedes gerade Element, also das zweite, vierte und so weiter, soll außerdem eine Hintergrundfarbe bekommen. In meinem Fall einfach einen Weißton, den ich aber nur mit 5% Deckkraft ausspiele, sodass man das hier besser unterscheiden kann. Außerdem habe ich ja, wie in dem Beispiel gerade gezeigt, einige Sachen, die innerhalb der Liste weiß sind oder so ein bisschen weniger deckend. Das sind Elemente, die in einem Span stehen. Unser Span bekommt ebenfalls ein Padding, allerdings nur nach rechts. Und wir bekommen hier eine etwas kleinere Schrift und grundsätzlich auch eine andere Opacity. Also die machen wir einfach weniger deckend. Und was wir natürlich auch stylen müssen, ist unsere Diffbox, die wir ja erstellt haben. Diese Diffbox hat von uns hier eine Klasse bekommen, nämlich Load More. Und der geben wir jetzt erstmal eine Hintergrundfarbe, nämlich Background Color und sagen hier jetzt einfach mal Aqua, nur dass wir die einfach mal grundsätzlich sehen. In dem Moment würde ich nämlich gerne dafür sorgen, dass diese Box 100% weiter ist und einfach mal mindestens irgendwie so etwas wie 50 Rem groß, sodass wir hier eine wirklich große Box haben, die uns ermöglicht, ganz dynamisch im Hintergrund immer neue Inhalte weiterzuladen. Außerdem würden wir da drin gerne unsere Schriftgröße verändern. Ihr seht, ist jetzt deutlich größer geworden. Und mit Display Flex möchte ich jetzt die Schrift auch noch darin zentrieren. Das Schöne ist nämlich, dass wir später mit einem Interception Observer immer etwas triggern werden, wenn diese blaue Box zu sehen ist. Und in dem Moment wird diese blaue Box nach unten geschoben. Das heißt, man sieht sie nicht so richtig. Um das aber besser zu visualisieren, lasse ich sie erstmal blau. Ihr solltet später die Hintergrundfarbe hier eventuell entfernen. Aber das bringt uns jetzt zum eigentlich technischen Part, nämlich zu JavaScript. So, los geht's mit dem eigentlichen Tutorial und dem spannenden Part. Das erste, was wir machen, wir erzeugen uns hier oben eine neue Funktion. Und diese Funktion returnet uns etwas, beziehungsweise erwartet erstmal zwei Parameter. Nämlich einmal Page und einmal Elements per Page. In dem Moment rufen wir eine Funktion auf und was innerhalb dieser Funktion hier passiert, wird bei euch anders aussehen als in diesem Tutorial. Weil ihr werdet in irgendeiner Form mit einem Backend kommunizieren, mit einer API, mit GraphQL oder was auch immer ihr als Tool nutzt. Und in dem Moment werdet ihr über einen Funktionsaufruf neue Daten nachladen. Hierfür braucht ihr immer in der Regel die Seite, die ihr nachladen wollt und die Anzahl der Elemente, die ihr nachladen möchtet. Also zum Beispiel, wenn ihr 100 Elemente habt und sagt, ihr wollt 50 Elemente pro Seite laden, dann könnt ihr nur zweimal nachladen, bis das Ende der Liste erreicht ist. Wenn ihr sagt, ihr ladet jedes Mal nur zwei, dann könnt ihr 50 Mal nachladen und dann wäre erst das Ende erreicht. Deswegen sind diese beiden Optionsparameter ganz wichtig und müssen hier mitgegeben werden. Diese Funktion returnet euch in den meisten Fällen dann irgendwie so etwas. Also eine Liste eurer einzelnen Einträge, dann eine Anzahl der maximalen Seiten. Das wird durch das Backend in der Regel definiert, in unserem Fall zum Beispiel 5. Außerdem die aktuelle Seite, das ist halt unsere Page, die wir gerade übergeben. Und hier sagen wir auch nochmal, wie viele Elemente pro Seite geladen wurden. In dem Moment müssen wir uns das jetzt einfach nur noch zusammenfaken. Im Prinzip, und zwar können wir hier sagen, okay, wir haben einen leeren Array und gehen jetzt für jedes Element oder so viele Elemente, wie wir generieren wollen, über Elements per Page, durch eine Schleife und erzeugen uns hier immer einen neuen Eintrag in unserem Array. Und dieser Eintrag besteht aus einem Objekt, das wir uns wie gesagt einfach faken, mit einer Fake-ID, einem Fake-Namen und einer Fake-Email-Adresse. Wenn ich jetzt diese Funktion nehme und ich unten einfach mal aufrufe über console.log, gehe ich hier rein, sage zum Beispiel, ich möchte Seite 3 und 30 Elemente pro Seite, dann sehen wir, wir bekommen genau so ein Objekt zurück und das ist das, was wir brauchen. Jedes Mal, wenn ich das hier neu lade, kriegen wir neue Objekte geladen. Also im Prinzip, damit haben wir schon mal den Fake-Part geschafft. Wie gesagt, das, was hier drin passiert, sieht bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aus, je nachdem, was ihr für eine Technologie, für einen Tech-Stack nutzt oder ob ihr dieses Verfahren in irgendeinem Framework wie React, Vue, Angular oder so etwas verwenden wollt. Aber alles, was jetzt kommt, ist wirklich relevant für den eigentlichen Infinity-Load-Effekt. So, und los geht's mit dem eigentlichen Generieren von Inhalten auf der Seite, weil man braucht hierfür nicht Vue, React oder sonst ein Tool, um sich Elemente dynamisch zu generieren. Und zwar als erstes sagen wir, okay, wir würden gerne unsere Liste definieren, also unsere UL innerhalb unseres Documents per Query-Selector, User, also User-List-ID. Darüber selektieren wir das und können jetzt über die Variable UL auf unsere Liste zugreifen. Das nächste ist, wir zeugen uns hier erstmal eine kleine Funktion. Diese Funktion heißt addNamesToList und erwartet von uns eine Variable ganz oben, nämlich newUsers und die bezieht sich natürlich auf unsere loadMoreUsers-Funktion, die wir gerade eben ja definiert haben, wo wir jetzt auch unsere Seite und halt unsere 30 Elemente, die wir generieren wollen, einfügen. Das nächste ist, wir kontrollieren einmal, ob überhaupt neue Elemente zurückkommen, weil wenn das nicht der Fall ist, zum Beispiel gibt es keine neuen, dann wollen wir nicht, dass ein Fehler geschmissen wird. Für jedes dieser Elemente gehen wir jetzt einmal durch eine Loop durch und diese Loop kann oder ermöglicht es uns jetzt, jedes Element unserem HTML hinzuzufügen. Dafür definieren wir uns kurz eine Variable, eine Liste und sagen per Document und können dann mit einer neuen Funktion, nämlich createElement, einfach sagen, wir würden jetzt gerne eine LI erzeugen. In dem Moment können wir jetzt mit dieser LI arbeiten und diese verändern. Zum Beispiel können wir hier sagen, hey, ich würde gerne innerhalb unserer LI HTML hinzufügen. Jetzt können wir sagen, okay, ich würde jetzt nicht nur gerne HTML hinzufügen, sondern hier einen Template-String hinzufügen. Und das bedeutet, wir können jetzt einfach zum Beispiel sagen, wir würden gerne hier unsere Seitenzahl sehen. Außerdem würde ich hier gerne unsere Nutzernamen und ganz am Ende in Klammern zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse anzeigen. In dem Moment, wenn ich das getan habe, kann ich jetzt sagen, okay, wir haben hier oben unsere URL definiert und ich kann jetzt sagen appendChild. Also ich würde gerne einen Schalt hinzufügen, in unserem Fall die LI. Wenn ich das jetzt so nehme, hier unsere Liste, einmal aufrufe ich hier unten unsere Funktion und sage ja zum Beispiel, ich würde die Seite 2 gerne laden, speichere das ab, sehen wir, wir haben hier oben unsere Liste schon wunderbar angezeigt. Hier sind jetzt 30 Elemente von der Seite 2. Natürlich wollen wir hier in der Regel bei Seite 0 starten und das würden wir auch gerne uns merken. Deswegen definieren wir jetzt gleich hier oben auch noch eine zweite Variable, nämlich currentPage und starten diese Funktion auch hier, wie ihr seht, mit currentPage. Wunderbar. Was wir jetzt machen müssen, ist zu überlegen, okay, wir dürfen diese Liste eigentlich am Anfang gar nicht so aufrufen, sondern das soll ja über dieses Viereck hier passieren. Also dieses Viereck soll uns sagen, jetzt rufe neue Informationen an und das gucken wir uns jetzt im nächsten Kapitel an. So, los geht's mit dem eigentlich spannenden Part und neben unserer Liste haben wir ja noch ein zweites Element, nämlich unseren Observer. Observer Element und den definieren wir einfach hier oben auch über eine ID, nämlich QuerySelector und dann die ID Load. Dieser Observer soll jetzt etwas observen. Wir können jetzt hier sagen, okay, Observer Element, mach irgendwas, so wird das aber nicht funktionieren, sondern wir brauchen noch eine weitere Variable, nämlich sagen wir jetzt, okay, wir würden gerne erstmal einen neuen Observer definieren und unser Observer ist vom Typ Intersection Observer. Das nächste, was wir hier brauchen, ist einmal eine Funktion, die getriggert wird, sobald wir eine Entity an diesen Observer heranreichen und eine Reihe von Optionsparametern, die füge ich jetzt einfach mal hier ein und sage root null, root margin 0 Pixel und Threshold ist 0.1. Also sobald ein Zehntel dieses blauen Containers zu sehen ist, also nur so ein bisschen hier oben, in dem Moment soll schon nachgeladen werden. Wenn ihr das Ganze laden wollt, zum Beispiel wenn ihr hier so einen Spinner drin machen möchtet, dann solltet ihr hier eine 1 draus schreiben. Dann würde auch so ein Spinner angezeigt werden. Ich möchte aber, oder ich erwarte eigentlich, dass das so schnell nachlädt, dass sobald wir hier oben so ein bisschen sehen, sollt schon nachgeladen werden, sodass wir diesen Text hier nicht sehen, solange wir neuen Inhalt haben. Im Prinzip hier in unserer Funktion möchte ich jetzt gerne durch diese Entities einmal durchlupen und sage deswegen Entities und dann einfach eine for each. Diese for each müssen wir natürlich jetzt noch korrekt verpacken. Zack und in dem Moment, sofern unser Element, was wir hier ranreichen, intersecting ist, also quasi dieses kleine bisschen sichtbar ist, in dem Moment würden wir gerne jetzt unsere Seite aufrufen und sagen deswegen add names to list current page, also die Variable, die wir hier oben definiert haben für die aktuelle Seite und sagen hier plus plus. Also in dem Moment nehmen wir die nächste Seite, soll geladen werden. Aber ihr seht, unser Observer benutzen wir noch nicht, den müssen wir nämlich noch einmal aufrufen. In dem Moment sage ich nämlich unten jetzt Observer und rufe eine Funktion dieses Observers auf, nämlich Observe. Und in dem Moment können wir jetzt einfach hier unser Observer Element übergeben. Das ist quasi unsere Entity. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr, es wird direkt nachgeladen. Und immer wenn ich unten bin, seht ihr jetzt ganz kurz dieses blaue Aufblinken. Und das ist quasi immer dann, wenn diese Entity is intersecting Event auftritt und dann werden neue Elemente nachgeladen und wir können jetzt endlos weiter runterscrollen und runterscrollen und runterscrollen. Es wird kein Ende kommen. Wenn wir jetzt sowas wie ein Ende haben wollen, dann könnte man hier oben zum Beispiel noch einbauen. Okay, wenn wir genug Elemente geladen haben, also wenn zum Beispiel hier ganz oben sagen wir if page größer 10, dann returnen wir diese Funktion einfach ohne Elemente zurückzugeben. Und in dem Moment, wenn ich jetzt runterscrolle und wir hier unten gleich eine 10 haben, in dem Moment sollte unsere blaue Box einfach stehen bleiben, ohne nachgeladen zu werden. Also jetzt könnte man hier zum Beispiel sagen, es wurde alles nachgeladen und irgendeine lustige Animation anzeigen. Und was man am Ende jetzt noch machen sollte, ist natürlich diese blaue Farbe hier einmal zu entfernen. Zack, weg ist sie. Und wir haben eine wunderbare Infinity Scroll Liste, die dynamisch Inhalte nachladen kann. Das Ganze kann, wie ihr seht, mit einem Observer sehr, sehr, sehr simpel mit React, mit View, mit Angular kompatibel gemacht werden, ohne dass ihr hier irgendwelche komplizierten Frameworks braucht. Das sind wenige Zeilen Code, im Prinzip einfach nur das hier. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, findet ihr hier unten jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt oder Affiliate und Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Bis dann, viel Spaß. Bis dann, viel Spaß. Bis dann, viel Spaß. Vielen Dank.